Also es ist, man sollte das dutzen, das zu sehen, was man will und nicht das, was man vorserviert bekommt, womit man manipuliert wird und reingehalten wird. Sprich Nachrichten oder so, das sollte man sich als erstes abgewöhnen. Immer nur schlechte, diese Nachrichten, damit man schön immer mies drauf bleibt und was dann reden kann in der Kneipe, bei Bier, das Nachklappern. Also bildet euch eure eigene Meinung, Fernsehkritik TV ist da vielleicht ein guter Tipp, vielleicht mal ein wenig Abstand vom Fernsehen oder mal drüber nachdenken, was man da alles konsumiert von der Werbung, gar nicht das Anfang. So, und nun, denke ich, wird es mal zeigen für den musikalischen Beitrag. Wir haben da einen jungen Mann mit Gitarre, oder? Ja!